Ja, da bin ich schon wieder... Tja, wenn man halt das Telefon klingelt, ne? So... Oh, 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 nein! Ach, da ist der Creeper hochgegangen hinter mir. I hate you! Stupid Creeper. So ein Mistgesocks immer. Ich bin sehr aggressiv. Oh, das Bond ist ja drinnen im Skelett und ich lauf hier rum. Ich glaube, es ist nicht dunkel genug gerade. Mein Vorteil. Kampfvorteil. Kein Vorteil. Fußball! Mach mal selber rein. Machen wir mal eine schöne Holzkonstruktion. Oh, nein, das war so nicht. So bin ich. Hm. Ja, ich bin oben ein schönes Sichtfeld. Ja, ja, das ist genau das Werk. Ach so. Ne, das passt schon. Das ist schon korrekt. Wir müssen so einen Kasten haben, wo wir wenigstens was schönes draus machen. Wir müssen uns auch mal überlegen, was wir noch für Zimmer unten in die Etage haben. Ja. Das stimmt. Wie gesagt, ich werde theoretisch auch für so ein richtiges Bücherzimmer tatsächlich. Oh ja. Mal dort den Verzauberungsdisch reinbauen. Ja. Hä. Hä. Haben wir bloß ordentlich Bücher. Hm. Kannst du schon mal zu Hugendubel... Oh, Mist. Bin ich selber da reingefallen. Shit. Muss ich mich hier raus bauen. Oh, das geht natürlich nicht. Nein! Jetzt ist das Wasser weg, oder? Na, es geht noch. Axt. So. Wieder Futter für den Hopper. Wo war ich denn jetzt? Hier war ich. Ich wollte gerade... ...den Witz machen. Ich musste noch mal schnell zu Hugendubel gehen und ein paar Bücher kaufen. Ja. Die wir da bei Minecraft reinstellen. Wir werden nicht gesponsert von Hugendubel. Hugeldubel. 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 Das muss man heute Tag immer mit sagen. Das? Ihr werdet gesponsert? Ahlulululululululululul. Ähm. Ich habe keine Glasblöcke mitgenuteln. Ach, aber Glas ist ja auch gekocht jetzt, glaube ich, ne? Ja, aber nicht so viel. Das weiß ich nicht, wie viel warst. Aber nicht so viel. Kein so Deep. Ich muss ruhig mal die Klasscheiben ausfüllen hier. Jetzt sehe ich ein heikles Unterfangen. Ach, ja, shit. Ich brauche ein paar Minuten mehr Zeit nehmen und kein zerbrechendes Glas ausgehen. Sie sollen eben nämlich kein Glas zerbrechen. Zack. Ja, nice. Hier brauchen wir vielleicht kein Glas. Karp-Glas. Karp-Glas-Repret. Karp-Glas. Das ist aber ein sehr karpes Glas. Karp-Glas. Karp-Glas. Zack. Komme ich jetzt wieder raus? Nope. Karp-Glas. 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 Die Menge an Graustonen. Ich hab mich halt kurz erschrocken, ich dachte ich hätte die Schritte gehört und das heißt meistens nicht gut. Das hab ich immer in der Hölle gedacht, aber das war dann bloß, das war dann bloß tatsächlich Musik. Was war denn bloß? Wieso denn bloß? Nein. So. Das können wir da oben noch verbinden, aber erstmal hacken wir das Ding weg. Let's hack. Ich hab das am einfachsten, wir gehen hier hinten mit rein. Die ganze Welt der Ohrenwitze steht hier offen und du entscheidest dich für ich bin löschrig. Schwache Leistung. Zack. Hä? So, jetzt aber garantiert nicht mehr. Ja, also das müssen wir dann am besten in allen Zimmern dann so machen, dass wir Teppich verlegen und drunter halt Glowstone. 52 hab ich noch. Hm. Okay. Okay. Und bin schade ich meine ich damit an dem Boden. Tja, wie machen wir denn das? Verbindt man denn das sinnvoll? Tja. Dann müssen wir das halt ein bisschen ausweiten, ja? Weiten? Nicht weiden. Ausweiten. Dann müssen wir noch ein bisschen ausweiten. So. Ach ne, ich hab ihn im Mittelgang noch gar nicht. Wohl, dann muss man es halt ein bisschen verbreitern, ja. Oh, wird's gleich da können, dann geht der gleich das. Oh, 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 oh. Nööö. Dann du das. Oh Gott. Hä? Was ist passiert? Ich stand halt über dem Spawner und hab dann ein bisschen was gebaut und was, das müssen, das passiert, das ist Skelett. Es waren unter mir halt Skelette und da hat mich halt jetzt eins getroffen. Das war eigentlich nicht vorauszusehen. zu sehen aber wie doof man halt ist mit mir in zum video kommt es nicht rein wollen wir mal was liegen ja sammeln das mal ein ne brauchst du eigentlich nicht weil da komm ich ja eh nochmal vorbei eigentlich musste mir wieder geben na ja mache ich doch so gut so so danke Okay. Pua. Oh. Na gut, das Holz ist nicht so schlimm, aber... Habe ich das was aufgenommen? Nee. Ja, ein Holz, aber ich dachte erst, das brauche ich, aber das brauche ich ja gar nicht mehr. Ist hier irgendwo Sand? Nee, sagen sie es alle. Nicht meine Kochen. Ja, Glas. Ach so. Ah, hier. Scheiß Creeper. Wo kommt der denn her? Wahrscheinlich aus der Ecke, wo gerade kein Glowstone ist. Komm her, komm, du machst mir nicht mein Glowstone kaputt. Wir beobachten das Battle. Oh, ist er ein bisschen dick geworden. Ah, das Buschmann hat gewonnen. Oh. Natürlich habe ich gewonnen. Ja. Haha. Und da würdest du es sagen? Von oben? Ja doch, das passt. Der Oportage hat da einen besonders luxuriösen Blick, das dann der Luxus Lounge. Lounge. Äh, ich muss das Essen. Mal schöne Schnitzel reinknallen. So. Jetzt muss hier alles weg. Mhm. Ja. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt muss ich das Glas kaputt machen. Jetzt muss ich mal ein Lammkotelett reinknallen. Hier muss noch mal was reinknallen. Ja. Hä? Das kann jetzt aber nicht sein. Hast du mir wirklich alle Teppiche gegeben, die du hattest? Ich dachte jetzt. Na toll. Ich habe irgendwelche irgendwie vergessen. Na ja. Das muss ich mir noch weiter machen. Ah, mehr genug. Oh ja. So. Das müsste jetzt fertig sein. Ach, das tut nichts. Ah ja. Na gut, okay. Oh nein. Jetzt ist das da runtergefallen. Oh. Perfekt. Nein. Das war nicht perfekt. Ach jetzt. Ja. Ja. Ach, das ist davon. Ich würde mal ein paar Wände weiter einziehen. Ja. Ich ziehe auch gerade ein paar Wände. Aber nicht unten, sondern ich gestalte den Balkon unserer Luxus. Äh. 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 Okay. Die es geben wird. Ja, ganz tolle Aktion, TCM. Concentrate. Concentration. Concentration. So. Zack. So. Ah, das war's schon. Ähm. Habe ich die Zäune eingesammelt? Ja. Aus Internet. Enough. Schaff. Mal vielleicht kriegen wir das ein bisschen schön gemacht. Hm. So. Sehr schön. Sehr schön. Ganz so schön. So. Hier haben wir ein bisschen Überhang. Ist egal. Ist mir egal. Was ist es? Egal. 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 Wie». Schön. Und hier heißt, ich verstehe... Ah ja. understand I understand um also eine neue Schaufel brauche ich ein bisschen das Glas vor allen Dingen ach gleich mal 10 wie viel Glas ich noch brauche, na ich brauche ganz viel was da lang gut das kann man doch am anbersten machen, oder? Hauptsache die hat 4,5 Angriffsschaden, diese Eisenschafel was? ok ich brauche Sand, wo kriege ich Sand her? gab es nicht irgendwo Sand? ja, irgendwo ich bin jetzt raus gekommen ich bin total verwirrt aufgrund der Mauer hier ich wüsste gerade nicht wo ich war so cool jetzt bräuchten wir sogar gar keine Fackeln hier mehr in dem Gang ja ah ist das no Fackels? mhm bei dir wird nicht lange gefackelt, sehe ich das schon? ja nein wir könnten mal eigentlich probieren wir mal ob es mit einer Fackel reichen würde ein bisschen Sand würde ich hier noch lassen oder hier gab es doch eine Hühnchenstelle mit Sand ach ne das warte ich schon hallo Hühnchen ok ok warum legt das gerade so? hab ich da gerade keine 60 frames gehabt ne oder du lässt gerade nichts hoch ne ne mhm ich habe gerade Sand ganz viel abgebaut im Wasser mhm da weiß so hier sind hab ich 58, fast hm Danke Für diesen guten Morgen So Ich muss noch ein Peace-Code eintun Tatsache War gut Riesengrosser Arm hier Können das so einen Raum mit so einer umlaufenden Galerie oben machen, kennst du ja Ja Aber wo können wir die machen? Das Bücherzimmer Hier, vielleicht an Ich weiß nicht Ich weiß das nicht Ein Schlafzimmer brauchen wir noch Ja Ich meine wir können ja auch mehrere Schlafzimmer machen Da haben wir halt eins auf der unteren Natasche und eins auf der oberen Ja ja Alles wird dann bloß mit dem Schlafzimmer aufs Spornen schwierig Ja obwohl auf der oberen Natasche sparten wir auf der oberen Natasche und das untere Ja Ja Man spawnt dort wo man zuletzt geschlafen hat ne? Der wird verstirbt Ja 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 Da können wir sogar Soll ich diese Fackel Leuchter in der Eingangshalle abmachen? Abmachen? Wollt ihr die abmachen? Ja die bräuchten wir eigentlich jetzt nicht mehr Soll ich die weg machen? Ja 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 Komm Skelett lass mich in Ruhe Gucken wir mal, wie weit es ist. Ja, machen wir halt mit. Tja, wie macht man denn das? Schlafzimmer und Bücherrahmen? Oh, ich möchte hier hinten einen Schlafzimmer einrichten. Hahahaha. Wo hinten? Das will ich sehen. Ne, neben Lager dachte ich. Oder dein Bücherraum. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Scheiße, hier geht es ja nicht mehr durch. Äh. Vielleicht müssen wir da noch irgendwie eine Tür einbauen. Na, mal schauen. So, also, wo möchtest du? Ja, genau. Das ist so. Quasi von vorne gesehen. Ja, du bist auf der Richtseite jetzt links rum. Und hinterm Lager quasi. Dazwischen der Wintergarten da. Hier in diesem. Hier rein. Unser Schlafgemach auf dem Weg hinbauen. Ja, doch, kann man machen. Wollen wir das so auf der halben Raum oder wie wollen wir das so, weil das Bücherzimmer mit dem Mittag umlaufend Galerie wird schon ein bisschen größer machen. Ja. Ja, ja, ja. Mal hier, dass ich hier jetzt gehe, dass wir hier eine Wand vorziehen. Warte mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, von jeder Seite sechs, und dann ist der Rahmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann ist hier der Rahmen, war auch eine Tür, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, gut, dass es nicht passt. Hä? Muss ein Doppeltür machen? Ja. Na, aber wenn wir hier nicht die komplette Fläche machen wollen, Schlafzimmer, dann können wir doch hier irgendwie zwei Zimmer auch draus machen und dann irgendwie so ein... Durchgangszimmer. Und dann eben nicht, sondern nochmal so einen kleinen Flur machen. Na ja, aber eine Tür müssten wir trotzdem hinmachen, oder? Ja, okay. Das ist das schön symmetrike. Ich mach mal hier in diesen, in diesen riesen langen Flur, mach ich hier auch mal eine Tür rein, ja? Damit man hier immer außen rum latschen muss. Ja, okay, verstehe. Ja, okay. Hier brauchen wir dann Stufen, ne? Ja, Stufen. Ach Mensch, und ich wollte auch mal diese Erde abbauen, die vor dem, die vor den Fenstern immer ist. Das würde ich auch mal noch machen. Ich wünsche dir, hallo ein? Ja, mal eine dritte Lachter hat. Oh so? Da ist das ja. ... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Hä, die Augen haben wir dazwischen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Erfolgreich falsch gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 8. 10. 11. 12. 13. 13. 14. Äh, so, so. Zack. So. So. Cough. So. Sind noch ein paar Treppen da? A paar Treppen? Ja. Ja, vier Stück. Ja, gut. Vielleicht ist nicht so der Kracher. Hä, wo sind denn die? Ja, die habe ich dabei. Ach so. Ja, gut, okay. Ähm. Schrauben. ern? Papa! Awn? Uh, PILT & PILT & PILT & Poijos. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.